Moin ihr Baggerluten, herzlich willkommen zurück. Ähm, was haben wir denn hier? Monkey Island, genau. Ähm, ja, Teil 2 in der Remastered Version und so, aber das weißt du doch selber. Mann, also pass mal auf. Ähm, ich habe hier gerade jetzt mal eben so ein bisschen rumgefriemelt und alles mögliche geguckt, weil ich wusste echt nicht, wie ich da weiterkommen habe. Ich habe jetzt jedes einfach irgendwie nochmal benutzt. Dachte dann, hä? Dachte ich, hä? Blöd. Na gut, okay, benutze ich das mal. Und auf einmal, erinnert ihr euch noch an dieses Lied? Ne? Der Schädelknochen hängt am Rippenknochen. Der Rippenknochen hängt am Beinknochen. Dann muss ich beinahe selber kotzen. Und, ah, pass auf. Pass mal auf. Ne? Also, wir müssen jetzt nämlich, und das habe ich jetzt nämlich mir voll erörtert, wir sind ja hier in dem Stuff. Das heißt, drei Verse für diese drei Dinger. Wir brauchen jetzt den ersten. Der Schädelknochen hängt am Rippenknochen. Der Rippenknochen hängt am Beinknochen. Der Beinknochen hängt am Hüftknochen. So, Schädel am Rippenknochen. Äh, warte mal, wo ist denn jetzt überhaupt der Rippenknochen? Da. Schädel am Rippenknochen? Ne. Das ist noch ein anderes Ding. Warte mal, lass mich mal gucken. Äh, ich muss, warte mal, ich muss mir die sowieso mal merken. Moment. Schädel, Rippen. Also, Schädel, Rippen, Bein, Hüft. Schädel, Rippen, Beine, Hüfte. Ja, geht durch. Schädel. Ne, Schädel, Rippen. Komm schon. Und den müssen wir nämlich suchen. Wo ist der Schädel? Ach, warte mal, das sind immer nur drei irgendwie, ne? Ist das richtig? Das sind immer nur drei. Okay, Schädel, wir müssen irgendwas gucken, wo der Schädel oben. Schädel, Rippen, Bein. Ja, das ist der, ja. Da müssen wir durch. Okay, ich glaube, das ist richtig. Ähm. Hüfte, Arm, Schädel. Der nicht. Ah, stopp. Doch, natürlich. Hüfte, Arm und Schädel. Klar. Das ist richtig. Da wollen wir durch. Äh, da, 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 da. Rippe, Bein und Hüfte. Rippe, Bein und Hüfte. Rippe, Bein und Hüfte. Ja, du ahnst es nicht. Und der letzte, ähm. Arm, Schädel, Rippe. Arm, Schädel, Rippe. Ja, das ist, als ob sich das so gehören würde. Wow. Ja. Was ist das? Irgendwas so. Sequel, was? Großes Tor. Ähm. Wo ist der Tür? Kann ich die vielleicht einfach so öffnen? Dein Ernst? Ist das dein Ernst? Oh, ich hasse diese Logik. Voodoo-Schlüsse zum Gefängnis. Der ist ein bisschen groß, oder? Kann das angehen? Warte, ach, warte mal. Das ist das Ding. Da war doch hier. Warte mal. Hier war doch, hier war doch der komische. Oh. Oh. Nice. 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 Nimm mal mit. Äh. Da fuk. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Yikes. Yikes. Du hättest mir ruhig deine Adresse geben können. Nicht schlecht. Spuck nicht genau in mein Gesicht. Wenn ich nur an mein Inventar käme. Oh. Yikes. Yes, sir, LeChuck, sir. Take Guybrush down to the Torture Chamber. Oh, Gott. And get the machine set up. Yes, sir. Von was von einer Maschine sprichst du? Oh. Oh. Das ist ein Luftballon. You'll be in a heap of trouble, Guybrush Threepwood. Now that you are mine, you will pay for what you did to me. Alter, du lebst immer noch. Was willst du? Hey. What's a little root beer between friends? Silence. I tell you. There's only one thing more painful than being resurrected from the dead and crammed into a rotting body. Do you know what that is? Hmm. It is what is about to happen to you. Can't we talk this thing out? You see that candle over there. When it burns through that rope, the bag will fall on the bellows. When it is compressed, it will shoot a single lead bullet, which will ricochet off that pan. Then off the shield behind me, bounce off that other shield, finally striking the green balloon. When it pops, it will cause that lever to fall, releasing that ratchet on the chain wheel and sending you down into the pit of acid. Ich sehe so aus nach I don't care. Don't give a single fuck. Well, I will take your bones, still alive and in great pain, and make them into a chair. I will call it my screaming chair. Das ist auch nicht nett. Every morning I will sit in it and listen to you scream. Any questions? Was macht die Kerze nochmal? Was macht der Blasebalk, wenn der Beutel fällt? Wie kommt die Bleikugel zum Ballon? Ist es nicht gefährlich, eine Säuregrube offen zu lassen? Wenn das vier ist und das hier zwei, was ist dann... Ja! 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 Okay. Das, ja, gut. Warum sind Adventure-Spiele so teuer? Wer gewann 56? Nee, das ist gut. Warum haben Adventure-Games so viel? Ich bin zufrieden von deinen schlussenden Fragen. Ey! Hey! Hm! Okay, komm ich an meinem Inventar, ja. Ach! Okay, das sehe ich ja jetzt erst. Okay, gut. Hm, Gruft-Schlüssel, kleiner Schlüssel. Was hat das denn nochmal? Das hatte ich aber schon vorher drin, oder? Ich könnte den tatsächlich benutzen. Ah, verdammt. Pass mal auf, ich schnapp mal mit Wally. Vielleicht hat der ja Ideen. Ey! Hallo, Alter, was ist jetzt? Hallo? Ein kinderfreuliches Let's Play hier. Oh. 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 Ah, it's burning through the rope, but an alarming rate. Kriege ich die vielleicht irgendwie aus? I can't do that from my present position. Wie soll ich das? Ja, jetzt ist es wieder so eine Sache. Wie soll ich denn? Nice. I can't reach the balloon from here. Ah. Hm. Hm. Also ich befürchte, wir könnten hier noch drei Stunden hängen und das hier würde nichts passieren. Ähm. Würde ja jetzt auch nichts. Scharf. Schön. I can't do that from my present position. Was soll ich denn machen? Kann ich ihn schubsen irgendwie? Halt, warte mal. Oh. Ähm. What the fuck? What the fuck? Schön, dass sie immer noch da hängt. Ich habe gerade noch eine Errungenschaft bekommen. Wünf Minuten später, glaube ich, hieß die. Ach, okay, oh, ich habe eventuell tatsächlich einen Timer. Ich habe hier einen Schlüssel, aber... Scheiße, das ist ja... Rad des Todes! Wunderschön, ja. Kacke, was, ähm... Äh, 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 ähm... Pardon. Ich kann das nicht aus meiner heutigen Position. Also, Wally. Ja? Ich habe ein schlechtes Gefühl über das. Bade Gefühl? LeChuck hat dich hängen in Chains über eine Pitta-Acido und all, was du hast, ist ein schlechtes Gefühl? Schon. Ich würde dich. Wenn ich könnte. Rat des Todes. Kann ich vielleicht nicht den Affen irgendwie damit verwenden? Nee, aber... Ich muss mal kurz... Oh Gott. Hatschi! Ich könnte versuchen, mich aus dieser Falle zu spucken. Das kann ich einfach so machen. Das macht mich schrecklich. Schrecklich. Bitte was? Spucke auf Kerze? Spritze auf Kerze? Alter. Platsche auf Kerze. Spritze auf Kerze. Alter! Kinderspiel. Oh. Passiert es jedes Mal? Oh Mann. Der arme Typ, ey. Hey, watch it with the spit. Hehehe. Hey, watch it with the spit. My mouth is all dried up. Ach man. This makes my spit thick. Spit thick. Boy. This stuff makes my spit thick. Nur aber. Hä? Nicht? Ähm, vielleicht hier ging. Hilft das? Hilft das vielleicht? Oh Mann. Dann eben so. Nee, warte mal, warte mal. Dann ist das... Dann ergibt das sogar Sinn. Dann ergibt das sogar Sinn. Dann macht das sogar Sinn. Warte mal. Geblickt, oder was? Junge! Ich kenn die Tricks. Ich weiß nur nicht, wie ich weiterkomme. Wie auch immer. Find them! Kistenkrempel. Kisten... ...Krempel. Oh, ähm... Ähm... Hä? Ähm... Entschuldigung? ... ... ... ... upsie! Da erinnere ich mich sogar noch. Und ich glaube, bis hierhin bin ich... Oh, Errungenschaft freigeschalten. Lef Shucks Festung abgeschlossen. Part 4, Dinkie Island. Wenige Stunden später. Schön. Ohne Probleme hat er es geschafft. Ich erinnere mich sogar noch daran, dass ich bis hierhin gekommen bin und dann nicht weiter. Damals. Meine ich. Geht das? Zur Hölle. Oh Gott, Hermann. Ach so. Was soll das heißen? Er hat Vorspiel gesagt, oder? Hmm. Do you mean to tell me that your whole life has been merely a prelude to meeting me here today? Yours too. But see, already the moment passes. Now our meeting is nothing more than another note in the grand overture to the next passage. Okay. Achso. Ja, klar. Schön. Naja, in Tibet könntest du vielleicht noch Ski fahren. None at the moment. But as soon as word gets out that a guru such as myself is teaching at a beautiful locale like this, I'll have to beat them off with a stick. Could you teach me some philosophy? Okay, here's a Zen koan for you. What? A philosophical puzzle. If a tree falls in the forest and no one is around to hear it, what color is the tree? Grün. Gibt's Grün? Weitgrün. Forest Green? Nope. Brown? Nope. Red? Not even close. Lavender? Nope. Puce? Nope. Magenta? Not exactly. Cyan? Nope. Blue? Nope. Aquamarine? Nope. Taupe? Not exactly. So, wir lernen mal jetzt, äh, englische Farben. Gebrannte Cyan... Was? Burnt Sienna? Nope. Raw Umber? Not even close. So, auf Englisch lernen wir jetzt Farben. Sepia? Nope. Das ist außerdem nur ein Fe... äh, Filter. Mulberry? Nah. Nah. Triwinkle? Nope. Orchid? Not even close. Turquoise? Not even close. Turquoise? Peach? Nope. Gibt es tatsächlich all diese ganzen Farben? Ich meine, ich bin nur ein Kerl. Ich seh nur 16 Farben. Teal? Not even close. Smoke? Nope. I give up. Think about it some more and come back when you have an answer. I want my granddaughter to marry a real man. A captain. Not a washout, like you. They say, anchovies on the top. I want my granddaughter to marry a real man. A captain. Yeah. No, they smell like anchovies. Oh, the heck with it. Let's make a map and tear it into four pieces. Hey, there's a cracker in here. Hey, cool. Holly, you want the cracker? Konzeptkunst freigeschaltet. Hey, Captain Marley, where should we marry the treasure? Holly wants a cracker? Okay, Osten vom Teich-Dinosaurier und dann nach Osten. Okay, keine Ahnung. Traurig, der Klügere gibt nach, ha? Okay, let's go over it again. So, no one forgets where we marry the treasure. Welcome to Dinky Island. Home of the treasure of Big Whoop. Big Whoop. Oh, no, no. Whoop, whoop. So, ist hier noch ein bisschen was? Warte mal, Baum. It's shaped like a giant boomerang. Okay. Wir werden wieder irgendwas mit Bäumen machen müssen. Alles klar, ich hab's gecheckt. Ai, ai, ai. Okay, aber ich seh schon, das wird wieder ein Irrgarten-Quiz hier. Dementsprechend sage ich, schön für heute. Aber wir sehen uns dann einfach mal morgen wieder. Komm mal wieder runter. Komm, guck doch mal die Leute an, Guybrush. So, wir sehen uns dann morgen wieder. Vielen, 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 vielen lieben Dank fürs Zusehen. Bis morgen. Winke, winke, ciao. Und tschüss. Vielen, 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 vielen Dank.